Hallo Jungs und Mädels, hier ist der Max und es wird mal wirklich wieder Zeit. Es ist auch schon lange her und zwar für IT-Mythen-Folge Nummer, ich glaube Nummer 9. Ihr könnt ja mal nachgucken, ob ich da richtig liege, aber ich glaube es müsste Nummer 9 sein. Und es ist noch relativ früh, ich bin gerade aus dem Bett gekommen. Ich hoffe, ich komme jetzt im Laufe des Videos so ein bisschen in Fahrt und das Ganze funktioniert. Wir fangen gleich mit einem Thema an, was jeden betrifft, der im Internet unterwegs ist. Und zwar HTTPS bzw. SSL. Und ich habe auch in meinem Bekanntenkreis festgestellt, dass viele Leute, wenn der Browser anzeigt, dass man jetzt eben per HTTPS verbunden ist und grünes Häkchen oder grünes Schloss oder grünes Ausrufezeichen, was auch immer, oben in der URL, also in der Adressleiste dran steht, dass das halt als besonders sicher empfunden wird. So nach dem Motto, aha, ich bin jetzt auf einer Seite, die aussieht wie die von meiner Bank und da ist auch ein Häkchen oben dran, das heißt, das muss sicher sein und da kann ich jetzt meine Überweisung machen und meine Daten eingeben. Und ich habe, wie gesagt, auch in meinem Bekanntenkreis gemerkt, dass dieses Häkchen als viel sicherer empfunden wird, als es letztendlich gedacht ist und als es die Technik hergibt. Wenn ein Browser anzeigt, dass man jetzt per SSL, äh, schwachsinn, per HTTPS mit einer Seite verbunden ist und das ist alles grün und das ist alles okay und das passt, bedeutet das grundsätzlich erstmal zwei Dinge. Das erste ist, die Verbindung ist verschlüsselt. Das heißt, unterwegs kann keiner mitlesen. Was ich zu dem Server schicke, der die Seite ausliefert und der zu mir zurück, kann unterwegs keiner mitlesen. Das ist der erste Punkt und der nächste Punkt ist, der Server, auf den ich mich verbinde, der weist sich mit einem Zertifikat aus. Da steht dann drinnen, haha, ich bin Server sowieso, hier, guck mal, Zertifikat von mir und ich bin auch ausgestellt für die Uhr, die Adresse, worauf du bist. Das ist auch okay. Was das Ganze nicht aussagt ist, ob das auch wirklich die Seite ist, wo ich drauf wollte. Das Zertifikat muss zur Seite passen, das ist richtig. Aber das bestätigt nicht, dass ich wirklich auf der richtigen Seite gelandet bin. Also auch wenn ich auf einer Fake-Seite gelandet bin, die ein gültiges Zertifikat hat, ist das grün im Browser. Es gibt natürlich noch viele Sachen, woran man das sehen kann, aber in die Details der Zertifikate gucken wahrscheinlich die wenigsten Leute rein. Und wie das immer so ist, ist es natürlich auch ein Wettrennen, zwischen denen die Fake-Seiten anbieten wollen, zwischen Stellen, wo man Zertifikate bekommen kann, zwischen Browser-Herstellern und alles mögliche in der Richtung, wie da getrickst wird. Aber man kann sich grundsätzlich nicht darauf verlassen, dass nur, weil oben ein grünes Häkchen an der Seite dran ist, dass es auch tatsächlich die Seite von meiner Bank ist, wo ich hin wollte. Man muss sich überlegen, wie das alles funktioniert mit den Zertifikaten drumherum und warum ein Browser überhaupt manchmal anzeigt, dass es eben so grün ist, alles okay, manchmal eine Warnung rausgibt, obwohl HTTPS benutzt wird. Und wie ich am Anfang gesagt habe, der Serverbetreiber bzw. der Server, worauf ich mich verbinde, wenn ich diese Seite aufrufen will, der liefert mir ein Zertifikat aus. Und ob dieses Zertifikat jetzt okay ist, entscheidet sich folgendermaßen. Jeder Browser hat einen eingebauten Speicher. Da drin stehen Zertifizierungsstellen, wo der Browser sagt, hey, wenn das Zertifikat von einem dieser vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen kommt, dann ist das okay. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Verisign, Geodrust, Komodo. An den Komodo-Hack erinnert man uns vielleicht noch, war es, ich glaube, zwei Jahre oder sowas in dem Dreh her. Und wenn das von diesen einen dieser Zertifizierungsstellen kommt, plus eben zu der Domain passt, wo ich drauf bin, dann sagt mein Browser okay. Wie gesagt, es bedeutet nicht, dass ich auch wirklich auf der richtigen Seite gelandet bin. Wenn ich jetzt auf frankfurt.de gehe, wobei ich muss auf www.frankfurt.de gehen, weil das Zertifikat für www.frankfurt.de ausgestellt ist. Und dann ist das okay in meinem Browser. Und wenn jetzt der alte Gangster Haftbefehl auf die Idee kommt, und dem reicht hier Rotlichtmilieu in Frankfurt nicht mehr aus, der muss jetzt auch ins Internet-Kriminalitäts-Business einsteigen und registriert sich crackfurt.de, lässt sich dafür ein Zertifikat ausstellen. Wohlgemerkt, er lässt sich ein Zertifikat für Crackfurt ausstellen, nicht für Frankfurt. Und man geht auf die Seite drauf, dann sagt der Browser, passt, Zertifikat, passt, alles gut. Auch wenn die Seite so aussieht wie frankfurt.de und vielleicht für den einen oder anderen vertrauenswürdig aussieht, dazu kommt dann noch, jawohl, Seite, grünes Häkchen. Ich gebe zu, das Beispiel ist jetzt relativ konstruiert, weil den Unterschied zwischen Crackfurt in der Adressleiste und Frankfurt, wenn man nicht total blind ist auf beiden Augen, dann wird man das wahrscheinlich erkennen. Aber bei so Seiten wie www.meinebank.de oder eben eine Fake-Seite www.meinbank.de, da sieht es schon wieder ein bisschen komplizierter aus. Ob man jetzt natürlich von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle ein Zertifikat für meinbank.de bekommt, weiß man nicht. Allerdings sind viele Abläufe in diesen Zertifizierungsstellen mittlerweile automatisiert. Also sprich, da sitzt meistens gar kein Mensch mehr dahinter, der die Rahmenbedingungen so großartig überprüft von so einem Zertifikat, was da ausgestellt wird. Da kriegt man halt eine E-Mail mit dem Zertifikat eben an die Domain, für die das Zertifikat sein soll, was ja schon mal ein guter Indikator dafür ist, wenn ich Mails unter dieser Domain empfangen kann, dass ich da auch ein bisschen was mit zu tun habe. Aber wenn ich mir absichtlich für eine Fake-Domain, die nur so ähnlich heißt wie die Seite, die ich faken will, ein Zertifikat ausstellen lassen möchte, ich gebe zu, ich habe es noch nie ausprobiert, ich könnte mir aber vorstellen, dass das funktioniert. Dann dürfen wir nicht vergessen, dass auch ab und zu mal Zertifizierungsstellen von bösen Hacksoren gehackt werden. Komodo war da vor ein paar Jahren ganz gut mit dabei. Es hat letztes Jahr, glaube ich, einer geschafft, sich Microsoft-Zertifikate ausstellen zu lassen, für Sachen, die mit Microsoft überhaupt nichts am Hut hatten. Also das sieht, das ist zwar vom Ansatz her kein schlechtes System, aber das hat auch seine Angriffsmöglichkeiten. Und was ich letztens gelesen habe, wo einer ein Angriffsszenario erklärt hat für Webseiten ist, wer Lieferando bestellt oder Pizza.de oder irgendwie viele Überweisungen macht, was auch immer, der wird wahrscheinlich die Autovervollständigungsfunktion von seinem Browser verwenden. Da geht man auf ein Formular drauf und da sagt der Browser, guck mal, das sieht aus wie so ein Formular, wo man seine Adresse eingeben muss. Willst du da nicht direkt deine Adresse einfügen? Oder aber vielleicht hat man sogar so eingestellt, dass es das schon vorausfüllt und sowas. Da hat einer ein Angriffsszenario beschrieben, wie man quasi den Browser dazu bekommen kann, eben dort jetzt die Sachen einzutragen und das zumindest dem User schmackhaft zu machen. Trag doch mal an dieser Stelle automatisch jetzt hier mit nur einem Klick deine Adresse ein. Und deine Adresse steht natürlich stellvertretend für alles Mögliche, was man mit der Browser Autovervollständigung machen kann, eventuell auch für Passwörter. Und wenn dann die Seite noch vertrauenswürdig aussieht, wenn die Adresse auf den ersten Blick nicht zu unterscheiden ist und wenn das Ding dann vielleicht noch sogar ein gültiges Zertifikat hat, halt für die falsche Domain, also für die falsche Adresse, und dann sagen natürlich viele User, hey, das ist gut, das passt. Letztendlich, es kann gut sein, dass so fast im Vorfeld abgefangen wird, weil irgendeine Stelle sagt, nein, dafür stellen wir kein Zertifikat aus. Aber es ist bestimmt möglich, für eine ziemlich ähnlich lautende Domain zu einer bekannten Seite ein Zertifikat zu bekommen. Ich glaube nicht, dass das großartig schwierig ist. Das heißt, letztendlich muss der User nach wie vor gucken, nicht nur, sieht das so aus wie die Sparkassenseite oder die Bankseite, sondern ist die das auch und bin ich da auch wirklich auf der richtigen Seite gelandet. Es wird oftmals auch einfach versucht zu faken, indem beispielsweise in der Mail ein Link drauf ist, wo dann da steht, klicken Sie hier und angeblich kommt man bei paypal.de raus. Und wenn man mal genau guckt, wo man rauskommt, ist dann das, beispielsweise das paypal-kundencenter.de, das natürlich ein gültiges Zertifikat hat und es sieht aus wie die Paypal-Seite und da muss man schon wirklich aufpassen, dass man da eben auf der verkehrten Seite gelandet ist. Also einfach grünes Häkchen an der Seite dran, heißt nicht, dass man sich da irgendwie sicherer fühlen kann. Das Einzige, was man sich sicher sein kann, ist, dass man auf der Seite ist, wie sie sich ausgewiesen hat, dass das zusammenpasst, also die Adresse und die Seite und dass die Verbindung verschlüsselt ist. Nicht, dass ich auf der Seite gelandet bin, wo ich hin will. Das kann HTTPS auch so nicht sicherstellen. So, nächstes Thema. Ich glaube, das haben wir jetzt ausführlich behandelt. Es gibt ja noch ein paar Sachen, die man drumherum erzählen kann, dass es beispielsweise Browser-Add-ons gibt, wo quasi so Listen gepflegt werden, an welche Seiten gefährlich sind und sowas in der Richtung. Aber das spielt ja nur so am Teil mit rein. Okay, nächstes Thema. Kilobyte. Das will ich jetzt mal kurz loswerden, aber nur kurz, weil das ist ein Thema, das hat schon jemand unter das allererste Video von mir geschrieben, dass ich das doch mal den Leuten erklären soll, wie das ist mit Kilobyte und eben, ob es jetzt 1000 sind oder 1024, da muss ich sagen, ich bin da komplett Falsche, um das jemandem, naja, erklären kann ich es euch, aber um quasi zu sagen, ja, mach das mal gefälligst richtig, weil ich mache das auch falsch. Und ich mache das absichtlich falsch, obwohl ich weiß, wie es richtig ist. Also, wenn man sagt Kilo, damit ist universell eigentlich 1000 gemeint. 1000 Kilogramm. Äh, das war ein Fachsinn. Kilogramm sind 1000 Gramm. 1000 Kilogramm ist natürlich mehr. Ähm, und es ist einfach universell. Du kannst, wenn du Kilo sagst, meinst du immer 1000 und das, was dann halt noch kommt. Ähm, außer bei Kilobyte. Da hat man sich dafür entschieden, weil es einfacher ist, damit zu rechnen, dass es eben nicht 1000 Byte sind, ein Kilobyte, sondern dass es 1024 sind. Der Hintergrund ist da auch relativ einfach. Und warum lässt sich das einfacher rechnen? Weil das binär ist. Also, sprich, es wird in zweier Potenzen gerechnet. 2, 4, 8, 16, 2, 3, 4, 6, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096. Also, ne, so in der Richtung. Und das bietet sich da einfach an. Und das war halt einfacher. Und das hat sich irgendwie so eingebürgert, dass man gesagt hat, Kilobyte, und es war nie so richtig klar, meint man jetzt 1000 oder meint man jetzt 1024? Das prominenteste Beispiel dürfte dafür Festplattenkapazität sein. Wenn da einer mit 1024 rechnet und dann der andere mit 1000, dann kann es sein, dass auf der Packung mehr draufsteht, als letztendlich das Betriebssystem meldet, dass es sieht auf der Platte. Obwohl die Platte gleich groß ist, aber die rechnen einfach anders. Das passt im Prinzip das Gleiche drauf, ja. Je nachdem, wie man rechnet. Also, die Platte hat sich ja nicht geändert irgendwie. Es ist einfach eine Frage dessen, wie man das rechnet. Und ich glaube 1998, also das ist schon ein bisschen her, wir können jetzt eigentlich sagen 20 Jahre ungefähr, wenn man noch ein bisschen draufhaut. Also vor 20 Jahren sind sie auf die Idee gekommen, das ist ja kein Zustand so, man kann ja nicht Kilo einfach, obwohl es für 1000 steht, jetzt für 1024, das ergibt ja keinen Sinn. Und dann haben sie gesagt, hey, wir standardisieren das jetzt irgendwie anders. Und da wurde dann, die wurde Kibi geschaffen. So, das steht glaube ich für Kilo Binary oder so. Also sprich, wirklich in zweier Potenz. Also, ein Kibi-Byte sind dann wirklich 1024 Byte. Wohingegen jetzt ein Kilo Byte definiert sind als wirklich 1000 Byte. Das Problem ist bloß, dass ich diese Sache mit Kibi-Byte, also, ganz ehrlich, ich kenne keinen, der es benutzt. Höchstens Leute, die überpingelig sein wollen, um irgendwelche anderen Leuten zu ärgern, die es normalerweise aber auch nicht selbst benutzen. Ich kenne eigentlich keinen, der das so wirklich benutzt. Ich benutze das selbst auch mal das, mal das. Und es ist nie so ganz klar, was gemeint ist. Lustigerweise, bei den IHK-Prüfungen für Fachinformatiker-Systemintegration, zumindest war das früher so, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch so ist, sind oftmals beide Rechenwege erlaubt, wenn es da um Kilo Byte oder generell um Byte-Umrechnung und sowas geht. Da kannst du mit 1024 rechnen und mit 1000. Und das ist beides richtig. Also da sieht man, das hat sich, auch wenn es jetzt irgendwie standardisiert ist, nicht so wirklich durchgesetzt. Und jetzt mal, wie der Kabum sagen würde, Hand aufs Herz, habt ihr schon irgendjemand mal sagen hören, ein Kibi Byte? Ich nicht. Es wäre aber richtig. Also, Hut ab, vor demjenigen, der das macht. Ich benutze das selbst immer noch Servier. Ich sage immer Kilo Byte. Übrigens, es ist nicht nur Kibi, es gibt ja noch Mibi und ich glaube Gibi. Das hört sich schon irgendwie beknackt an, oder? Also quasi ist ein Mibi Byte dann 1024, also bloß halt, anstatt Kilo, anstatt Kilo ist es dann Mega oder Giga. Ich weiß nicht, ob es auch einen Tibi Byte gibt für Terra. Ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es das Ganze auch. Und hört man selten. Also ist eigentlich kaum verbreitet. Das ist, ja. Wie gesagt, Hut ab vor demjenigen, der das macht. So, da bin ich wieder. Mittlerweile ist es ein paar Stunden später. Ich habe mittlerweile Mittag gefuttert. Wir machen jetzt weiter. MP4, MP4 Video wollte ich nochmal was zu erzählen, weil ich damit öfter selbst konfrontiert werde. Wenn mir zum Beispiel jemand ein Gameplay schicken will, dann geht es dann oftmals darum, in welchem Format, ob MP4 okay ist. Da sage ich meistens auch wahrscheinlich schon, aber in welchem Format genau. und in den Köpfen vieler Leute und irgendwie bei mir auch noch so ein bisschen, wenn ich nicht genau nachdenke, ist MP4 gleich Video. Aber wenn man das genau nimmt, MP4 ist kein Video. MP4 ist das, was um Audio, Video, Untertitel und sowas in der Richtung drumherum ist. Was die Information drumherum bietet, die ich brauche, dass ich mit den Sachen, die drinnen stecken, wie zum Beispiel ein Video, überhaupt was anfangen kann. MP4 ist ein sogenannter Container. Das heißt, da stehen Sachen drinnen, wie, so mal ganz naheliegend, zum Beispiel der Künstler, wie lang das Video ist, wie viel FPS das Video hat, in welchem Format das Video vorliegt, wie viele Audiospuren und natürlich steckt dann letztendlich auch das komprimierte Video und die komprimierten Audiospuren auch mit drin. Dann können da noch Untertitel drinstecken und sonst was. Ich weiß jetzt auch im Kopf vom besten Willen nicht den exakten, Byte für Byte genauen Aufbau von so einem MP4-Container. Wahrscheinlich ist es auch wahnsinnig kompliziert und mit zig verschiedenen Erweiterungen und sonst was, was man da nicht alles drinnen machen kann. Aber es ist wichtig, MP4 ist nicht das Video. Man könnte theoretisch in einem MP4-Container auch nur Audio speichern. Das funktioniert. Aber es wird tatsächlich hauptsächlich dafür verwendet, um da Video mit Audio reinzustecken. Aber, wo wir beim Thema sind, MP4 gleich Video, da drin können verschiedene Video-Formate stecken. Das meistverbreitetste dürfte wahrscheinlich H.264 sein. Übrigens, ich bin der Meinung, H.264, ne? Das hört sich an wie irgendein Grippevirus. Ja, und? Was ist das? Ja, H.264. Oh, ja, das ist... Dann halte ich mal lieber Abstand. Das ist das meistverbreitete Format, was man auch so... Was 0815 heutzutage eigentlich überall verwendet wird. Ja, YouTube-Videos sind in dem Format und wenn du Twitch streamst, cookst, fast alles. Aber in MP4 können auch andere Sachen drinstecken und auch unterschiedliche Audio-Formate. Und dementsprechend muss natürlich erstmal in diesem Container drinstehen, was ist es denn für ein Format? Was natürlich wichtig ist, wenn ich eine Player-Software habe, mit der ich das dann letztendlich abspielen will, dann mache ich beispielsweise VLC, VLC mache ich das auf, dann sieht er, aha, das ist ein MP4-Container, holt sich da die Metainformationen raus, also sprich, welche Audiospur, welche Untertitel, welche Videospur, wo fängt denn das Ganze an? Okay, das ist also ein H.264-Videostream, so und so eine Auflösung, Bitrate, Framerate, Timestamps, was auch immer da noch alles drinsteht und dann geht mein VLC-Player eben dahin, weil er jetzt diese Information hat und decode das eben mit seinem H.264-Decoder. Und zeigt mir dann das Video an. Also sprich, liest den Videostream aus und zeigt mir den an. Passend dazu, synchronisiert natürlich, weil da auch Timestamps und alles Mögliche mit drin sind, mit den Audiospuren. Und noch eine Sache zu Untertiteln. Die billigste Variante ist natürlich, Untertitel in die Videospur reinzubasteln. Das ist aber schon, es ist nicht schön, weil erstens kann ich die Untertitel da nicht ausblenden und zweitens, wenn ich zum Beispiel die Untertitel in einer anderen Sprache will, geht das auch nicht. Oder wenn ich in meinem Player die Untertitel, weil ich ihn nicht mehr richtig sehe, größer machen will, geht das auch nicht. Also die Untertitel stehen da meistens separat mit drin. Die sind nicht im Video drin. Und ich meine, wenn die nicht im Video drin sind, irgendwo müssen sie ja gespeichert sein. Ja, im MP4-Container. MP4 ist ein Container drumherum, der wichtige Informationen enthält für das, was drin ist, vor allem, dass halt auch meine Software weiß, wie sie damit umgehen soll. Ist immer eine wichtige Sache, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man über MP4 an sich als Videoformat spricht. Wen es genau interessiert, der kann sich ja mal die Spezifikation durchlesen. Das gebe ich mir jetzt nicht. Nächstes Thema, und das habe ich am Rande auch schon ab und zu mal angerissen, ist JavaScript. Und das JavaScript nachgesagt wird, es wäre langsam. Und man muss erst mal pauschal sagen, langsam. Was ist langsam? Das wird bei vielen, oftmals in der Softwareentwicklung passiert es tatsächlich, dass irgendjemand ankommt und sagt, das XX ist langsam, oder das ist schneller, oder sowas in der Richtung. Da muss man immer genau gucken, was meint er denn jetzt eigentlich, und kann er das überhaupt irgendwie begründen, oder ist das eher so ein Bauchgefühl, oder sowas in der Richtung, was ist schnell und was ist langsam? Ist es denn vielleicht nicht sogar einfach schon vollkommen ausreichend schnell, und sowas in der Richtung? Also ich denke, man kann, wenn man das ganz einfach machen will, gibt es, und man sich jetzt so eine Linie vorstellt, und auf dieser Linie müsste man quasi Programmiersprachen irgendwie platzieren. Links, ganz links auf dieser Linie, ist schnell, und ganz rechts auf dieser Linie ist langsam. Dann würden zum Beispiel Sprachen wie C, oder wenn man Assembler als Sprache bezeichnen will, auch Assembler, würden ganz links stehen. Assembler würde ganz links stehen, danach kommt C, dann kommt irgendwie Fortran, oder irgendwie so ganz nervige Dinger, und irgendwann ein bisschen daneben, kommt dann Java, also Sprachen, die zwar immer noch recht statisch sind, aber schon viel mehr Komfort bieten, und irgendwo ganz rechts kommen dann Sprachen, die sehr komfortabel zu bedienen sind, wo ich auch total viel abgedrehte, dynamische Konstrukte habe, in denen es angenehm ist, was zu machen, zum Beispiel Ruby, Python, ja, so ein bisschen davor kann man auch noch sowas wie PHP platzieren, also Sprachen, die ziemlich dynamisch sind, die oftmals auch interpretiert sind, wo man vielleicht viele coole Sachen machen kann, die aber sehr weit weg sind, von der eigentlichen Hardware-Architektur, was so ein Prozessor ausführt, also kann man sagen, links auf dieser Linie sind Sprachen, die sind scheiße kompliziert, dafür sauschnell, rechts auf der Linie sind Sprachen, in denen macht es Spaß, das ist einfach zu entwickeln, aber sie sind langsamer, ganz grob, ganz vereinfacht gesagt. Wenn man jetzt JavaScript irgendwie auf dieser Linie platzieren müsste, würde ich das nicht irgendwo in der linken Hälfte einordnen, sondern in der rechten Hälfte. Aber trotzdem, auch wenn JavaScript an sich nicht so schnell ist, wie das jetzt in C ist oder vielleicht auch in C Sharp, da kommt es aber auch wieder auf die Implementierung an und welche Runtime und was auch immer, ist die Sache, die JavaScript ist, tatsächlich verdammt schnell. Und das liegt ganz einfach daran, weil JavaScript eben die ausgewählte Programmiersprache ist für dynamische Webseiten und da ganz viel Kohle und ganz viel clevere Leute dahinter stecken, beispielsweise bei Google für Chrome, die Ausführung von JavaScript so schnell wie möglich zu machen. Und wen das interessiert, der kann mal auf YouTube nach den Videos vom V8-Team, von Google suchen, wo sie ein bisschen erklären, V8 ist die JavaScript-Engine von Chrome, muss man vielleicht auch nochmal dabei sagen an der Stelle, was die da für Optimierungen machen und was für abartig abgedrehte Sachen, um eben JavaScript so schnell wie möglich zu bekommen. Die machen da zum Beispiel so, wie soll ich das jetzt beschreiben, die gehen einfach mal von aus, dass es läuft glatt, so nach dem Motto, wie kann man das erklären, das ist schwierig. Das Problem ist halt, du weißt bei JavaScript, du kannst viele, die vermuten halt einfach Sachen, die sagen, okay, der Typ hat jetzt zum Beispiel eine Schleife gebaut, die wiederholt sich hundertmal, darin in dieser Schleife macht er das und das und das heißt, die spucken dann für diesen Fall ganz optimierten Code aus, den letztendlich der Prozessor ausführt. Weil das ist eine Sache, das dürfen wir nicht vergessen, egal welche Sprache, sei es jetzt C oder sei es jetzt Python, Ruby oder JavaScript, PHP, was auch immer, egal wie nah dran diese Sprache von ihrem Aufbau her an der eigentlichen Logik, wie ein PC arbeitet, ist oder wie weit weg sie davon ist. Letztendlich fällt am Ende immer irgendein Binary-Byte-Geschwubbel raus, was der Prozessor ausführen kann. Das darf man nicht vergessen. Natürlich Sprachen wie Python, Ruby, wo du sehr dynamische, abstrakte Konstrukte machen kannst, ist die Ausführung und das, was da rauskommt, wahrscheinlich eine ganze Ecke komplizierte und länger, was so ein Prozessor ausführen muss, um das zu machen, was es machen soll, als wenn du sowas in C machst. Und wenn ich jetzt aber mal einen, bleiben wir bei JavaScript. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich ein relativ simples C++-Programm schreibe, wirklich was ziemlich Simples, ein JavaScript, das gleiche in JavaScript und dann nochmal sagen wir in Ruby, ich gehe davon aus, dass JavaScript die Performance ziemlich nah, im Chrome zum Beispiel, ziemlich nah an C++ dran ist. Natürlich nicht komplett, weil ich meine, immerhin ist Chrome in C++ programmiert. Es wäre irgendwie komisch, dass eine Sprache, die quasi dann auf einer in C++ entwickelnden Plattform läuft, letztendlich schneller läuft als C++. Das ergibt irgendwie so ein bisschen, außerdem ist bei JavaScript auch schon noch ganz schön viel Verwaltungskram drumherum, aber ich glaube, JavaScript ist viel näher dran an C++ bei der Ausführungsgeschwindigkeit, als es das an Ruby oder Python ist. Einfach, weil da so viel Optimierung mittlerweile reingeflossen ist und Hirnschmalz von den, in dem Fall bei Google, von den V8-Entwicklern, dass die einfach sehr clevere Sachen machen. Ja, um bei dem Beispiel zu bleiben, es hat jemand eine Schleife programmiert, die 100 Mal läuft, dann sagen die zum Beispiel, okay, wir nehmen jetzt an, das Programm wird sich so und so verhalten und darauf werfen die sehr optimierten Code aus und das Programm läuft dann sehr schnell, das JavaScript-Programm und in 99% der Fälle funktioniert das auch, es sei denn, das Programm verhält sich dann anders an der Stelle, wie sie das gedacht haben. Dann müssen sie wieder in ein bisschen langsameren Modus zurückwechseln, es ist unglaublich abgedreht, was die Google-Leute da machen. Wie gesagt, wer das interessiert, der kann sich ja mal die Videos angucken und da gibt es ein sehr beeindruckendes Video, wo er zeigt, sowieso ganz simple, so irgendwie so ein Fünf-Zeilen-Programm, was am Anfang mega langsam ist und am Ende irgendwie tausendmal schneller, dadurch, dass er einfach zwei Zeichen geändert hat und jetzt eben die Optimierungsmechanismen von der Chrome-JavaScript-Engine greifen. Es ist wirklich interessant und da muss man sagen, JavaScript an sich ist verdammt schnell für das, was es ist. Es ist wirklich verdammt schnell und JavaScript ist meiner Einschätzung nach auch meistens nicht der Grund, warum sich Anwendungen im Browser langsam anfühlen. Viele Anwendungen laufen heutzutage nur noch im Browser. Wenn man sich anguckt, viele Leute werden wahrscheinlich Mail nur noch über Google Mail machen, die haben wahrscheinlich gar keinen lokalen Mail-Client mehr. Spotify muss Musik anhören über den Browser, es werden so viele Sachen heute im Browser verwendet und wozu viele Leute gar keine Desktop-Programme mehr verwenden. Und oftmals habe ich das Gefühl, ja, das ist richtig, dass sich diese Programme im Browser eben nicht ganz so knackig und ganz so direkt anfühlen, wie das bei einem Desktop-Programm der Fall ist. Aber meiner Beobachtung nach sind das nicht unbedingt Probleme von JavaScript, sondern vom Anzeigen der ganzen Geschichte. Also wenn ich jetzt mit JavaScript im Hintergrund oder wenn jetzt Spotify oder Google Mail oder sowas mit JavaScript im Hintergrund sagt, haha, guck mal hier, User, du hast eine neue Mail bekommen und ich zeige dir jetzt oben die Inbox mal fett an und ich lade da schon mal irgendwas vor oder beispielsweise, wir machen jetzt irgendwie einen Vorschau in Spotify neu, weil der Künstler gewechselt ist, dass Musik jetzt läuft oder sowas, zeigen wir Informationen über diesen Künstler an, eben hast du noch Metallica gehört, jetzt hörst du irgendwie Iron Maiden und da zeigen wir dir jetzt andere Beschreibungen zu der Band an. Das passiert dynamisch. Dafür muss ich die Seite, da muss ich nicht Refresh drücken, ich muss die Seite auch nicht neu laden. Aber die haben im Hintergrund natürlich rausgefunden und im Hintergrund läuft JavaScript-Logik, die sagt, oh, guck mal da, hier, Musik wechselt jetzt von Metallica zu Iron Maiden Songs, das heißt, ich rufe jetzt mal von Spotify im Hintergrund ab, Band-Biografie, Iron Maiden und jetzt kommt der Knachpunkt, das Anzeigen. Denn dadurch, dass ich jetzt das, was ich sehe im Browser verändern muss, das ist das, wo meistens sehr viel Zeit drauf geht. Da muss ich mal überlegen, was bei sowas ja passiert. So eine Seite, so eine Browser, so eine Webseite besteht aus ganz vielen HTML-Elementen. Ihr könnt jetzt mal auf Spaß hier beispielsweise, wenn ihr dieses Video guckt, rechts klicken und View Source Code oder sowas machen für diese Seite. Das ist riesen HTML-Geschwubbel, ganz viel. Und HTML ist in einem Baum aufgebaut, oben kommt das HTML-Element, da kommt irgendwann Body-Element, da kommt ein Diff und sonst was ineinander geschachtelt. Und wenn ich jetzt in diesen Baum Elemente hinzufügen will und Elemente lösche, sorgt es dafür, dass der Browser das neu rendern muss beziehungsweise dass der Browser auch die komplette Struktur der Seite oftmals ändern muss. Was weiß ich, vielleicht ist das Foto von Iron Maiden größer als das Foto von Metallica, was er in der Vorschau anzeigen will und dafür muss er die Textbox, die neben was anzeigt, vergrößern, verkleinern, sonst was. Das kann dazu führen, dass die Dimensionen der Elemente auf der Seite sich komplett ändern und sowas in der Richtung und das ist meistens der Punkt, wo es dann langsam wird. Nicht etwa bei dem JavaScript-Zeugs, was im Hintergrund läuft, sondern das frisst natürlich Strom, was auf so Sachen wie Notebooks und Smartphones auch eine ganz kritische Geschichte ist. Aber das, was Web-Anwendungen sich oftmals langsam anfühlen lässt, ist, sobald man es darstellen will, sobald der Browser rendern muss, sobald der Browser reflown muss, sobald da irgendwelche Sachen sich ändern, das ist da, wo es meistens langsam wird. Da gibt es verschiedene Ansätze, um das zu minimieren. Ich will da auch gar nicht so sehr ins Detail gehen. Es gibt da zum Beispiel Ansätze, das ist zur Zeit der letzte Schrei oder schon seit einer Weile, dass man eben nicht mehr so direkt diese HTML, diesen HTML-Baum, DOM nennt sich das Ganze, im Browser direkt anfasst mit seinem JavaScript und da Elemente hinzufügt und rauslöscht, sondern dass man vorher quasi in JavaScript sich einen Diff, einen Unterschied berechnen lässt zwischen dem, wie es zur Zeit im Browser aussieht und dem, wie es aussehen soll und danach nur noch die Änderungen quasi anpasst, anstatt da komplett Sachen umzuschreiben drinne. Was natürlich dann wieder auf JavaScript-Seite mehr Rechenaufwand bedeutet. Ist alles so eine Sache, die man abwägen muss, aber man kann zusammenfassend sagen, JavaScript ist echt verdammt schnell, viel schneller, als man das vermuten würde. JavaScript ist zackig und dass es langsam wird, passiert oftmals an dem Punkt, wo was dargestellt werden soll. Dementsprechend gibt es dann natürlich, und das ist das letzte, was ich loswerden will, gibt es dann natürlich auch verschiedene Entwicklungen, verschiedene Versuche, eben das besser zu machen, beziehungsweise irgendwie, ja, das ist nicht mehr so eine teure Operation, dass es nicht mehr so rechenintensiv ist. Ja, es gibt zum Beispiel Versuche, dass man, dass man sowas wie OpenGL im Browser machen kann, also sprich, dass man dann eine Fläche hat, in der man zeichnen kann, die quasi Hardware beschleunigt ist. Oder, dass man sogar versucht, irgendwelche Low-Level-Sachen im Browser laufen lassen zu können, so mit quasi so einem Subset von JavaScript-Funktionen, und ganz, ganz, also es passiert in der, im Browser passiert extrem viel an Entwicklung, und das, was heute aktuell ist, ist morgen schon nicht mehr aktuell. Und nachdem da sowohl Chrome, also Google dabei ist, Microsoft dabei ist, Firefox dabei ist, das sind ja wirklich, und vor allem bei Google und Microsoft stecken halt auch wirklich Firmen mit Kohle dahinter, da passiert rasant schnell was, und es gibt so viele Technologien, also wenn einer es schafft, da auf dem aktuellen Stand zu bleiben, dann tatsächlich Hut ab. Das ist schwierig, da mitzuhalten, was bei Browser-Entwicklung so alles passiert. Das ist echt nicht ohne. Und, aber an der Stelle, wie gesagt, wollte ich einfach nochmal loswerden, JavaScript ist viel schneller, als man denkt. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, ich habe noch ein paar Punkte, aber ich habe jetzt schon 30 Minuten gelabert, das mache ich in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, euch hat es gefallen, wir machen an der Stelle Schluss. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, Tschüss. Ach ja, und wenn euch das Video gefallen hat, ihr könnt natürlich in die Kommentare schreiben, wenn ihr Anmerkungen dazu habt, wenn ihr ein paar Sachen loswerden wollt, wenn ihr vor allem Themenvorschläge vielleicht habt, für eines der nächsten IT-Mythen-Videos, weil, ja, mein Thema brauche ich immer, wenn mir die Themen ausgehen, kann ich so viele in der Richtung nicht mehr machen. Wir machen an der Stelle Schluss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, Tschüss. Tschüss.